So, also hier ist der Bus ganz dahin, also bei diesem Schiff, da ist immer die ganze Strecke hier abgefahrt. Man kann sehen, dass ich es nicht einfach gemacht habe. Jetzt mal sehen. Okay, also ich hoffe man hört, wie ein wenig das ist. Und der hat mich sehr wohl beobachtet. Das ist echt enorm schwer. Nein, das ist doch schon nicht mehr. Ich hab's nicht mehr drauf. Ich hab's nicht mehr drauf. Ich hab's nicht mehr drauf. Den Weg, wenn ich nicht laufe. Bei dem Weg, bei dem Wind, bei dem Regen, da ist es nicht mehr. Hier ist es schwer, dass es fast so ist. Ja, jetzt ist er wieder in der Nähe. Ah, wieder vorbei. Ach, jetzt. Jetzt. Ja, super. Klasse, ganz toll. Super. Ey, super, ganz toll. So ein Feiner. Good boy. Komm, Marli, auf geht's. Komm. Auf geht's. Klasse gemacht. Aber jetzt sind wir verrückt. Also es war wirklich... Falls man sieht, was man die Leine irgendwo noch da hinten sieht. Ungefähr bei dem Baum, also bei dem Kleinen, ist es wirklich... ...bis zu diesem Schirm, also dieses weiße kleine Kündchen, wo man da drin ist. Da war man in der Erde gesteckt. Das hat er richtig gut gemacht. Super klasse. See you. Bye-bye. Auf Wiedersehen.